hallo und herzlich willkommen ich bin der lautschmann ich begrüße euch wieder zu saufpark die rektakuläre zerreißprobe jawohl und wir waren oder sind immer noch in diesem polizeirevier ja und wir gehen heute raus wir haben nämlich einen auftrag bekommen und dem jemand natürlich nach wo was wir jetzt wir sind aufgestiegen in der rangfolge jetzt mal mit dem quatschen hallo doch nicht was kopfaufnahme job hängen wir müssen ach geil hier auch aufhängen haben einfach mal dazu gehängt was du weißt dass rund um das radhaus viel los ist vielleicht stellt die bürgermeister mich für ein wahlkampf okay ja egal cool also eins haben wir schon mal weg wir gehen mal wieder zurück und ich habe auch gesehen ach ja genau ich muss euch was gestehen ich war mal wieder im menü und habe mal ein bisschen hier schon was gemacht zum beispiel artefakte habe ich eingetauscht so dass wir jetzt auf 68 sind und nicht mehr 130 wollen wir einen platz frei gemacht haben gekraftet habe ich auch ein bisschen was hergestellt wollte ich euch nicht mehr entlangweilen und wir haben eine neue kleidung die ziehen wir jetzt noch mal an so zack dann cosplay neugierig das ist immer geil so handschuhe haben wir auch neue und ich glaube also es war mal kopf haben wir glaube ich auch was neues oder kopf hat es glaube ich noch nicht dafür gereicht bärte könnten wir doch mal ich finde den immer noch geiler der passt ja auch zu meinem ungefähr haare brauchen wir hier eh nicht also jetzt jedenfalls mit dieser kopfbedeckung nicht so okay dann gehen wir mal weiter so können wir mit dem hier quatschen haben wir in letzter zeit nicht glück mit dem wetter kann schon sein aber mal hier können wir bestimmt sein bild aufhängen oder ja siehst du es läuft doch du weißt dass sie ein gemeinzentrum alles posten lassen da gibt es null qualitätskontrolle ok naja ja 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 das kennen wir schon mit heldinnen so es hat geheißen ich sollte durch diese gas gehen ich gucke noch mal auf die karte weil es geheißen hat ich soll durch diese gas gehen um zum mosquito zu gelangen da bin ich aber noch gar nicht wo bin ich denn überhaupt jetzt gerade die karte aufgemacht ich habe gerade gar keinen plan wo ich bin kriegt das auch gar nicht angezeigt da sind wir vorbeigelaufen da waren wir auch gerade das ist doch das genau was müssen wir dafür tun auch cool jetzt wir werden irgendwie runter kann man irgendwie durch das post office weiß ich nicht ne hallo immer fleißig was ja sowieso früher musste man seine katze nachts noch nicht weg schließen aha kommen tatsächlich an die einzelnen dinger und tatsächlich post aus kanada schrott natürlich es hätte mich auch gewundert wenn es anders gewesen wäre bei saufpark ihre liebe zu kanada ist ununterbrochen aber da kann ich nichts machen ich dachte schon da steht spd aber da steht der spbd comedian schön raus weggeschmissen so tiefkühlpackung mit mystery meat ok wir nehmen alles mal mit aber wenn wir jetzt in diese gas gehen ich weiß nicht ob das so gut ist aber wir sind da sind durch oder kommen wir mal auf die karte ja geil und da ist er korrekt korrekt meister voll cool kommen wir da vorbei sollen wir mal da lang ne kann man nicht was ist denn der post so wieder alles eingesammelt erst mal hier schön am craften ich bin tot du bist doch verarscht alter wo sind jetzt der letzte speicherpunkt ok cool sie sind ein minderjähriger und nähern sich einem rauschmittelhaltigen sperrbereich treten sie zurück oder sie werden terminiert medical fried chicken das habe ich ja jetzt erst gelesen medical fried chicken ok ok was haben wir da erinnerst du daktari ich erinnere am coolsten fand ich clarence ja erinnerst erinnerst du erinnerst du wonder woman's unsichtbaren jet oh ja ich erinnere das ist das raisins mosquito muss da drin sein lass dich nur nicht von den scharfen wings und bräuten ablenken oh raisins ok da gehen wir doch direkt mal rein hi und willkommen raisins nur eine person äh ja dann komm mal mit süßi ok hi bin gleich da schätzchen kunden voller mann sorry mir gefallen nur brutalisten zu behalten ok hier schnucki hallo so sitzen eins von unseren raisins kommt gleich ist der nicht total süß er verdrückt jedenfalls eine male wings ja und dann bin ich durch die luft gesaust und hab die bösen vermöbelt wow ich wusste nicht dass moskitos so taff sind ja schon mal was vom zika virus gehört noch eine lade wings süßi schreibt alles auf meinen deckel voll großzügig ähm verschwinde das sind meine frauen welcher superhelden bist du super warte oh mein gott die mission meine superhelden kollegen ich hab das komplett vergesst weg von mir verführerinnen mosquito weiß genau was ihr hier versucht äh was soll das denn heißen äh die raisinskurs sind moskitos kryptonit du musst mich hier rausholen äh ok hier hast du die rechnung haha von wegen ihr wolltet mich verführen das zahle ich nicht du musst rinkgeld geben wixkop kampflos werden die uns nicht gehen lassen dann mal los oh Gott oh mein gott nein ah ok die anderen sind dabei cool es ist ein großer fehler sich mit kuhlen and friends anzulegen ach du scheiße bestellt ihr süßen oh nein oh nein oh nein verzaubert ja klar äh geil willkommen im team dich müssen wir komplett umstylen prügeln wir mit moskito wieder verstand ein wirklich jungs die wings sind echt gut friss nun weg hey sucht euch selber eine traumfrau hat der mich jetzt angegriffen ich glaube es hackt moskito moskito ist verzaubert benutze den untersuchungsmodus um mehr darüber zu erfahren jawohl na dann hals und beinbruch so ok äh drücke ich so um den detailmodus zu starten alles klar hier kannst du effekte von verzaubert sehen und wie lange dies noch anhalten wird äh bezaubert greif deine verbinden halt und verstärkt deine gegner einen zug verbleibend ok naja ok dann machen wir hier mal action heilung in 0,3 sekunden unter geld zurück und jetzt ha das sollte helfen ach Gott jetzt haben wir auch noch geheilt das ist mir blöd schau mal schau mal soll man ihn jetzt hauen ne das macht ja keinen sinn ja egal ja egal so ok ok eine portion rings klingt tatsächlich gut was für ein spektakel ok ja genau jetzt hauen wir ihn ja das gibt garantiert eine nabe fuck das wollen wir eigentlich nicht ne naja na für einen gewöhnlichen sterblichen bist du echt schnell ich vermöbel dich wie meine mama meinen daddy schnucki oh Gott ja alter das war's außer jemand will mich monstermund beatmen das kannst du dir gar nicht leisten süßi nein alter nächstes mal zieh ich auf deine augen ich zeig euch mal wie das double whammy in unsere double whammy wings kommt ne bitte nicht so boah weg haben's au wer tut einem raisins girl sowas an ja du hast es verdient du verführerin so ok weiter geht's so wie ein blitz was 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 nein jetzt geben wir ne können wir jetzt nicht geben wir können wieder äh kampfattacke machen machen wir mal jawohl so ha yes jawohl geil kommt der nachschlag ist für mich alter du übertreibst brutal geil was darf's denn sein oh gott nein er ist bezaubert scheiße jetzt aber schnell jetzt kack was kack was kack cool kack 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 super kack super kack zur rettung so jetzt müssen wir mal gucken dass wir hier jemand heilen jetzt mal ähm ähm aber wir kommen nicht hin ne kommen wir irgendwie hin ne so ok dann müssen wir die mal äh jetzt hauen wieder vor schlag ein feind viel yes los geht's so jetzt schauen wir mal dass wir die jetzt weg hauen wollen wir ihn holen mal wieder zurück genau was haben wir denn da wiederbelebung genau können wir nicht wiederbeleben ja doch komm hä wollt ihr nach der tracht prügel raisins kalender kaufen oh gott ja nein verpiss ich mich denn ganz recht ich bin eine bitch du bist echt ne bitch also los ok so ok so angriff das hab ich kaum gesehen jawoll jetzt sind es auch nur noch zwei oh gott oh nein nein ist ja auch noch verzaubert du willst mich doch verarschen und ab die post oh gott fuck nein ich bin zu schnell für dich was kacke verdammte so toll dass ihr da seid so wir müssen ihn wiederbeleben klingt ja nix so ja ich will ihn wiederbeleben machen wir mal machen wir mal stellen uns mal da hin ja hier zieht mich mit rein und ich muss euch dann den Arsch retten genau so was geht das wieder im business ja im business genau geil das reinfiziere ich jetzt ich brauche erstmal wieder hier ein burrito ja ja das habe ich getan sehr geil jetzt ist äh schicht im schacht oh gott wenn ich nicht angreifen darf dann darf sonst auch keiner oh nein du Arschloch oh kacke verdammte ich habe übrigens voll in dein essen gespuckt nein ich sag mal auch für dich alter was geht denn ab so wir versuchen mal hier ähm kacke ich will ihn eigentlich nicht angreifen aber ich habe mir nichts anderes übrig jetzt werde ich egaler sein ah geil achso das war sie sehr schön gleich kommt der Schwarm geil wir können den Schwarm machen yes baby yeah geil das wird mir ja langsam ein wenig zu heiß jawoll jetzt ist noch sie übrig die kriegen mal gewuppt oh gott nein ach sie hat ihn schon wieder verzaubert okay das macht nichts vereilen wir uns oh gott ah fuck komm du brauchst noch was du musst was zu dir nehmen du musst was zu dir nehmen auf jeden Fall ein Burrito kaputt kaputt ich hatte Hunger ganz genau du hast Hunger gehabt ja so und jetzt kriegt er den Arsch aufgerissen jawohl sich kein alles schön und lustig bis wir aus den Augen und Erschen bluten so okay oh nein hey langsam haben wir blocken konnten haben wir blocken konnten wir könnten ich glaub schon ja das Publikum wird toben geil jetzt ist er wieder jetzt gehört er wieder uns so jawohl bam du hast Fliegen zwischen den Zähnen das nächstes Mal lieber den Mund zu macht euch bereit so und jetzt nochmal Breitseite ich wollte eine Limo aber jetzt ist es wohl zu spät jawohl geil Vitalitätskelch jawohl und 26 Cent yeah haben wir ihnen das Trinkgeld geklaut Raisins Rüppel geil los das ist unsere Chance yes geil diese Mädchen sind mein Kryptonit du hast mich gerade noch gerettet ich steh tief in deiner Schuld Arsch Held was ist dein Kryptonit ähm alter jeder Superheld braucht etwas wogegen er machtlos ist tja irgendwelche Phobien emotionale Traumata komm es muss doch was geben ähm ist schon ok ich bin in deinem Team Arschkind mir könntest du es sagen Arschkind ok zeig mir mal dein Charakterprofil Sechstklässler Raisins Girls Chaos Kinder alte Leute Ninja Lass dir Zeit das ist eine wichtige Entscheidung und der war sein Leben lang lebt Krebs Menschen Krebs Menschen nein Six Gläsler was aber immer man Chaos Kinder Chaos Kinder komm kleine Kinder oder Max oder Butters nicht ist mir beides reich ja Kryptonit Chaos Kinder super erledigt dein Kryptonit ist offiziell notiert ähm Moskito mach ne Fliege ruf mich wenn du mich brauchst cool Freund yes jetzt haben wir Moskito auch noch dazu du kannst in der verbindenden App dein Team bearbeiten geil sollen wir mal gucken drücke äh Touchpad um auf dein Smartphone zu sehen hier haben wir Verbindete ähm ich glaub ihn machen wir mal raus oder mach ihn mal rein in hier ja Humankind genau ansonsten würde ich es mal so dabei belassen ja wenn du alle Verbindenden zugewiesen hast drück äh äh Touchpad um zu verlassen du machst das ziemlich gut Neuer komm zum Kuhnversteck wir sollten deinen Garanten ausbauen Kuhn Ende ja cool ins Kuhnversteck ins Kuhnversteck ins Kuhnversteck der Kuhnversteck warte mal wir können hier auch wieder was machen ja geilo ja aber so viele Möglichkeiten gibt es hier jetzt gar nicht crafting ah cool ein Kinetik Siegel jawohl joa Charakterbogen ja Chaoskind der ist jetzt unser Kryptonit na toll Kryptonit hätten wir nicht gebraucht okay noch eins machen noch eins 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 und natürlich noch eins so das war's crafting rang 9 haben wir jetzt sogar geil so crafting können wir da jetzt also waren wir jetzt schon gut okay da wollte ich mal auf die Karte dann gucken dass wir auch jetzt nicht verkehrt laufen und wir können dann auf jeden Fall können wir nicht irgendwo jetzt schnellreise machen müsste doch jetzt irgendwo die Möglichkeit geben ne ja mal gucken mal hier muss wieder stimmt die Möglichkeit Sie sind ein minderjähriger und näher an sich einem rauschmittelhaltigen ja 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 rauschmittel alles ist klar kein Problem warte mal hier können wir doch bestimmt ja ok macht nix gehen wir mal weiter so gehen wir doch rüber ah ja genau sehr geil so nun ja ich würde sagen aber dass bevor wir jetzt wieder zu dem Versteck gehen müssen wir erstmal wieder schauen wo wir dann lang müssen ne dass ich hier nicht völlig falsch lauf ah ja genau müssen wir dann wieder über die Gäste da laufen und dann kommen wir hier hin Meister alle ah ja ok hey Schwanzgesicht du und dein Superfreund Moskito sollten besser vor sich sein oh mein Gott oh mein Gott wir haben gedroht bekommen hey Neujahr diese Mädchen lassen nicht ah ja ok von mir aus der Bus sollte eigentlich im Dezember kommen wer weiß es schon hier Pussy Pussy halt die Gursch so jetzt gucken wir mal irgendwo war doch ähm ah ja genau hier genau hier das Haus ist es ok aber ich würde sagen da äh gehen wir ähm dann erst in der nächsten Episode hin wenn es dann wieder heißt Zaufpark die rektakuläre Zerreißprobe ich bin sehr gespannt was uns da erwarten wird ja schaltet wieder ein wenn es euch gefallen hat äh ne wisst ihr ja Däumchen wäre ganz nett könnt ihr auch gerne was in die Kommentare schreiben fühlt euch da völlig frei fromm fröhlich und ja und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder wenn es heißt Zaufpark die rektakuläre Zerreißprobe bis dahin machts gut Ciao Ciao Bye Bye